Sie hören Der Rosie-Effekt von Graeme Simsian Aus dem Englischen von Annette Hahn Gelesen von Oliver Kube Ein Hörbuch des Argon Verlags Orangensaft war für freitags nicht vorgesehen. Obwohl Rosie und ich das Standard-Mahlzeit-Modell aufgegeben hatten, was eine Steigerung der Spontaneität auf Kosten von Einkaufszeit, Lagerbestand und Essensresten ergab, hatten wir vereinbart, jede Woche drei alkoholfreie Tage einzulegen. Wie ich sofort voraussah, gestaltete sich die Einhaltung dieser Zielsetzung ohne formellen Zeitplan als schwierig. Nach einiger Zeit erkannte Rosie die Logik meines Lösungsvorschlages an. Offensichtlich gut geeignete Tage für den Konsum von Alkohol waren Freitag und Samstag. Keiner von uns hatte am Wochenende regulären Unterricht. Wir konnten ausschlafen und eventuell Sex haben. Sex durfte auf keinen Fall per Zeitplan terminiert werden, zumindest nicht offiziell. Aber mir war eine Abfolge bestimmter Begebnisse aufgefallen, die seine Wahrscheinlichkeit erhöhten. Ein Blaubeermuffin der Blue Sky Bakery, ein dreifacher Espresso von Othas, das Ausziehen meines Oberhemds und eine Imitation von Gregory Peck in der Rolle des Äthikers Finch in »Wer die Nachtigall stört«. Ich hatte gelernt, die vier Begebenheiten nicht jedes Mal in derselben Reihenfolge einzusetzen, da meine Absicht dann durchschaubar gewesen wäre. Um ein Element der Unvorhersehbarkeit einzuführen, warf ich nun eine Münze, um eine der vier Komponenten zu eliminieren. Ich hatte eine Flasche Elk-Kauf Pinot Gris in den Kühlschrank gelegt, der zu den Jakobsmuscheln passte, die ich am Morgen auf dem Chelsea-Markt gekauft hatte. Doch als ich nach dem Abnehmen der Wäsche aus dem Keller kam, standen zwei Gläser Orangensaft auf dem Tisch. Orangensaft vertrickt sich nicht mit Wein. Ihn vorher zu trinken, würde unsere Geschmacksnerven soweit desensibilisieren, dass wir die feine Restsüße des Pinot Gris nicht mehr schmecken und den Wein somit als sauer empfinden würden. Rosie war im Schlafzimmer, für eine Klärung der Situation also nicht unmittelbar verfügbar. In unserer Wohnung bestanden für den gleichzeitigen Aufenthalts zweier Personen neun Kombinationsmöglichkeiten, wobei wir uns bei sechs davon in verschiedenen Räumen befanden. In unserer idealen Wohnung, wie wir sie, bevor wir nach New York umzogen, gemeinsam spezifiziert hatten, hätte es 36 mögliche Kombinationen gegeben, da sie ein Schlafzimmer, zwei Arbeitszimmer, zwei Badezimmer und ein Wohnzimmer mit offener Küche aufgewiesen hätte. Da unser Einkommen aus einem Akademikergehalt plus der Einnahme für zwei Teilzeitjobs als Cocktailmixer minus Rosies Studiengebührenbestand, war ein Kompromiss notwendig gewesen. Und unsere derzeitige Wohnung bot keine der gewünschten Spezifikationen. Wir hatten dafür sehr viel Wert auf die Lage in Williamsburg gelegt, weil unsere Freunde Isaac und Judy Essler dort wohnten und die Gegend empfohlen hatten. Die Miete war hoch und die Wohnung hatte diverse Mängel, um deren Behebung sich die Hausverwaltung bislang gedrückt hatte. Momentan versagte die Klimaanlage dabei, die für den späten Juni in Brooklyn durchaus erwartbare Außentemperatur von 34 Grad Celsius zu kompensieren. Die geringere Zimmerzahl, kombiniert mit unserer Eheschließung, bedeutete, dass ich mich dauerhaft in größerer Nähe zu einem anderen menschlichen Wesen befand, als je zuvor in meinem Leben. Rosies physische Anwesenheit war ein überaus positives Ergebnis des von mir eingeleiteten Ehefrauprojekts. Doch auch nach zehn Monaten und zehn Tagen des Ehelebens musste ich mich immer noch daran gewöhnen, Teil eines Paares zu sein. Manchmal verbrachte ich mehr Zeit im Badezimmer, als unbedingt nötig gewesen wäre. Meine Gedanken wurden unterbrochen, als Rosie nur mit einem Handtuch bekleidet aus dem Schlafzimmer trat. Wieder einmal überwältigte mich ihre außergewöhnliche Schönheit und ihre unerklärliche Entscheidung, mich als Partner zu wählen. Und wie immer folgte diesem Gedankengang ein unerwünschtes Gefühl, ein kurzer, aber intensiver Moment der Angst, sie könnte ihren Irrtum eines Tages bemerken. Was gibt's? Wollte sie wissen. Noch nichts zu essen, ich befinde mich noch in der Phase der Zutatenzusammenstellung. Sie lachte auf eine Weise, die mir verriet, dass ich ihre Frage missverstanden hatte. Nachhaltig produzierte Jakobsmuscheln mit einem Merepoix aus Karotten, Knollensellerie, Schalotten und Paprika sowie Sesamöldressing. Das dazu empfohlene Getränk ist Pinot Gris. Soll ich irgendetwas helfen? Wir brauchen heute alle unseren Schlaf. Morgen fahren wir nach Navarone. Der Inhalt dieses Gregory-Pack-Zitats war irrelevant. Der Effekt beruhte allein auf dem Tonfall und der damit übermittelten Botschaft, dass sich die Zubereitung der sortierten Muscheln im Alleingang kompetent und zuverlässig erledigen würde. Und was, wenn wir nicht schlafen können, Captain? Erwiderte Rosie schmunzelnd und verschwand im Bad. Das Handtuchproblem wollte ich nicht weiter thematisieren. Ich hatte schon vor einiger Zeit akzeptiert, dass es wahllos im Bade- oder Schlafzimmer abgelegt werden würde und damit gewissermaßen zwei Orte in Anspruch nahm. Unsere Präferenzen, was Ordnung angeht, liegen an unterschiedlichen Enden einer Skala. Als wir von Australien nach New York umzogen, packte Rosie drei Koffer in Übergröße. Meine persönlichen Besitztümer passten in zwei Handgepäckstücke. Ich sah den Umzug als günstige Gelegenheit, meine Einrichtungsgegenstände durch verbesserte Versionen zu ersetzen. Im Gegensatz dazu vermehrte Rosie ihren umfangreichen Bestand an Besitztümer noch weiter, indem sie binnen weniger Wochen nach unserer Ankunft diverse Dekorationsobjekte dazukaufte. Das Resultat offenbarte sich im chaotischen Zustand unserer Wohnung. Topfpflanzen, überzählige Stühle und ein unpraktisches Weinregal. Aber es lag nicht nur an der Quantität der Objekte. Es bestand ferner das Problem der Organisation. Der Kühlschrank war überfüllt mit halbleeren Behältnissen für Brotaufstriche, Soßen und verderbenden Milchprodukten. Es gab exakt eine Ausnahme in Roses unorganisierter Lebensweise. Diese Ausnahme war eine Variable. Es handelte sich um ihr Medizinstudium, im jetzigen Moment speziell um ihre Doktorarbeit über Umweltrisiken für Frühausprägungen der bipolaren Störung. Rosie war in das Doktorandenprogramm der Columbia University aufgenommen worden, unter der Bedingung, dass sie ihre Dissertation im Fach Psychologie in den Sommerferien fertigstellen würde. Der Abgabetermin war mittlerweile nur noch zwei Monate und fünf Tage entfernt. Wie kannst du bei einer Sache so organisiert sein und bei allen anderen so unorganisiert? Hatte ich Rosie gefragt, als ich mitbekam, wie sie gerade einen falschen Druckertreiber installierte. Gerade weil ich mich so auf meine Doktorarbeit konzentriere, kümmere ich mich eben weniger um alles andere. Freud hat auch keiner gefragt, ob er das Verfallsdatum der Milch kontrolliert hat. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es noch keine Verfallsdaten. Unfassbar, wie zwei so unterschiedliche Menschen wie wir ein so erfolgreiches Paar werden konnten. Das Orangensaftproblem stellte sich am Ende einer bereits chaotischen Woche. Ein Mitbewohner unseres Apartmentkomplexes hatte die beiden salonfähigen Hemden, die ich besaß, verunstaltet, da er sich im Gemeinschaftswaschraum an unserer Waschmaschinenfüllung beteiligt hatte. Seinen Sinn für Effizienz kann ich durchaus nachvollziehen, aber eines seiner Wäschestücke hatte unsere gesamte weiße Wäsche in einen ungleichmäßigen Rosaton verfärbt. Aus meiner Sicht bestand weiter kein Problem. Meine Stelle als Gastprofessor an der Columbia Medical School war gesichert, sodass ich mir keine Sorgen um einen guten ersten Eindruck machen musste. Aber Rosie hatte bereits versucht, das Problem mit Jerome, den sie als Urheber identifiziert hatte, zu besprechen, um eine Wiederholung auszuschließen. Dieses Vorgehen schien vernünftig. Allerdings hatte Jerome erwidert, sie solle sich verpissen. Jetzt verlangte Rosie, ich solle ihm die Stirn bieten und zeigen, dass sie uns nicht herumschubsen lassen. Im Gesamtkontext der Woche war das Wäscheproblem allerdings fast unerheblich zu nennen, denn es hatte eine Katastrophe gegeben. Man wirft mir regelmäßig vor, dieses Wort überzustrapazieren, aber jeder vernünftige Mensch würde es als angemessene Beschreibung für das Scheitern der Ehe meiner besten Freunde ansehen, bei dem obendrein zwei minderjährige Kinder in Mitleidenschaft gezogen wurden. Gene und Claudia lebten zwar weiterhin in Australien, aber die Situation stand kurz davor, den geordneten Ablauf meiner Woche über den Haufen zu werfen. Gene und ich hatten über Skype telefoniert, mit sehr schlechter Verbindungsqualität. Nachdem er Claudia versprochen hatte, sein Forschungsprojekt aufzugeben, Sex mit Frauen aus allen Ländern der Welt zu haben, hatte er dieses Versprechen gebrochen. Offenbar war das bei einer Konferenz in Göteborg geschehen. Ach, Don, nun zeig aber mal ein bisschen mehr Mitgefühl, klagte er. Wie hoch standen denn die Chancen, dass sie in Melbourne wohnt? Sie stammte aus Island. Ich wies darauf hin, dass ich aus Australien stamme und in den Vereinigten Staaten lebte. Okay, aber Melbourne und dass sie Claudia kennt. Wie hoch stehen da die Chancen? Schwer zu berechnen. Ich machte Gene darauf aufmerksam, dass er diese Frage vor der Erweiterung seiner Nationalitätenstrichliste hätte stellen sollen. Um das Risiko zu berechnen, muss ich wissen, wie viele Frauen du seit deinem Versprechen es nicht mehr zu tun verführt hast. Denn natürlich steigt das Risiko proportional zur Anzahl. Spielt das wirklich eine Rolle? Wenn du eine akkurate Schätzung willst... Sie stellen das. Sie stellen das. Wir haben einen Leidenschaft. Sie stellen das. Wenn du eine Akkurate Schätzung willst, kann ich Sie sagen. Vielen Dank.